In dem heutigen Video schauen wir uns an, wo wir uns aktuell mit Bitcoin befinden. Zudem beantworte ich auch einige Fragen von euch und am Ende schauen wir uns an, welche Projekte aktuell gute Preise erreicht haben, um darin zu investieren und natürlich langfristig damit sehr gutes Geld zu verdienen. Doch bevor wir ins Video starten, würde ich doch einfach sagen, dass ihr ein Like und ein Abo da lasst, damit ihr in der Zukunft auch auf jeden Fall benachrichtigt werdet, wenn ich etwas Neues hochlade. Zudem könnt ihr auch gerne in unsere Telegram-Gruppe beitreten, der Link ist in der Videobeschreibung. Danke an erster Stelle natürlich für den Support, ihr lasst wirklich sehr, sehr tolle Kommentare da, ihr gebt wirklich sehr, sehr viele Likes auf die Videos und das ist wirklich sehr, sehr schön, wie weit ihr mit diesem Kanal gekommen seid und dann würde ich sagen, dass wir gleich mal zu der ersten Frage rüber springen, nämlich, was würdest du lieber machen? Spot-Käufe tätigen oder Future Trading mit geringem Hebel? Die Frage ist wirklich sehr, sehr einfach zu beantworten, denn im Endeffekt ist das Wichtigste, dass wir zuallererst unsere Spot-Einkäufe haben. Wir sind ja im Endeffekt Investoren, wir wollen ja in diesen Markt investieren, zum Beispiel in Bitcoin. Ich würde an allererster Stelle, wenn ich in Bitcoin zum Beispiel investieren will, erstmal mit meinem Portfolio, mal angenommen, ich habe 10.000 Euro, 9.000 Euro in Bitcoin investieren. Wie würde ich das Ganze machen? Dann natürlich mit DCA, weil ich ja nicht genau weiß, wo der Tiefpunkt von Bitcoin ist. Darum würde ich mit DCA anfangen. Ich würde zum Beispiel bei 25.000 Euro ein bisschen einkaufen. Dann würde ich unten bei 20.000 Euro ein bisschen einkaufen. Dann hier bei 15.000 Euro, nach so einem starken Crash, würde ich natürlich auch nochmal ein bisschen investieren. Und nach oben genauso, ein klein wenig, okay 25.000 Euro hatte ich schon mal gesehen, passt, ich investiere wieder darin. Und im Endeffekt tue ich so gesehen meinen Durchschnittseinkaufspreis so gering wie möglich halten. Denn im Endeffekt ist es wirklich sehr, sehr schwer den Tiefpunkt zu erwischen. Aber wir sind ja langfristige Investoren. Wenn man sich an den Markt investieren will, muss man natürlich mit Spotkäufe das Ganze machen. Und mit den restlichen 1.000 Euro von unseren 10.000 Euro können wir, falls wir wollen und falls wir auch die Erfahrung haben, sagen wir mal, wir kennen uns mit der Chartanalyse aus. Also wir können einen Chart sehr gut bewerten und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir die Zukunft vorhersehen können. Und zudem auch nochmal mit den makroökonomischen Daten uns gut auskennen. Und noch viele, viele weitere Sachen. Also sagen wir mal, wir wissen und haben Erfahrung mit Trading. Und wir können gut vorhersehen, wohin der Markt gehen wird. Dann kann man mit einem kleinen, geringen Teil von unserem Portfolio, ich würde mal sagen mit 1 Zehntel. Es ist sogar meiner Meinung nach ein Tick sogar zu hoch. Ich würde sogar sagen mit 1 Zwanzigstel von unserem gesamten Budget in diesen Markt reingehen und eventuell auch mit Trading versuchen. Aber an allererster Stelle ist es wichtig, dass wir unsere Spotkäufe haben. Sagen wir mal, wir haben 9.000 Euro in Bitcoin investiert. Und mit dem 1.000 Euro kann man meiner Meinung nach auch mit einem geringen Hebel in diesem Markt auch handeln. Und eventuell auch diese kleinen Kurssprünge mitnehmen. Aber im Endeffekt ist es uns ja wichtig, dass wir nicht hier in diesen kleinen Kurssprüngen Gewinne mitnehmen, weil wir dadurch ein höheres Risiko haben. Uns ist es vielmehr wichtig, dass wir diesen langen Zyklus mitnehmen mit unseren Spot-Einkäufen. Das ist das einfachste, sicherste und man braucht dafür auch nicht mal so viel Zeit zu investieren. Beim Trading müsste man natürlich immer den Markt beobachten. Oh, haben wir den Boden jetzt tatsächlich erwischt? Oh, werden wir jetzt nochmal einen Rücksetzer sehen und eventuell werde ich liquidiert werden? Und so weiter. Und dieses Risiko brauchen wir nicht einzugehen. Vor allem nicht mit unserem großen Kapital. Mit einem kleinen Kapital kann man gerne mal versuchen. Ich hoffe, ich konnte die Frage wenigstens einigermaßen gut beantworten. Denn für uns ist es, wie gesagt, wichtig, langfristig in diesem Markt erfolgreich zu sein. Langfristig in diesem Markt Geld zu verdienen. Und das Ganze funktioniert meiner Meinung nach am besten mit Spot-Einkäufen. Natürlich dauert das Ganze lange. Aber das Wichtige ist, was unser Ziel ist. Denn wir wollen im Endeffekt unsere finanzielle Freiheit erreichen. Und das Ganze mit so wenig Risiko wie möglich. Natürlich, wir sind schon mal in einem sehr riskanten Markt wie im Kryptomarkt. Und dieses Risiko nochmal mit Trading zu erhöhen, wäre meiner Meinung nach, beziehungsweise mit einem großen Portfolio zu traden, zu erhöhen, wäre meiner Meinung nach etwas nicht so intelligent. Und deswegen würde ich sagen, lieber ein Großteil von seinem Kapital Spot-Einkäufe und mit einem geringen Kapital von seinem Budget in Trading, falls man darin Lust hat. Aber man muss Trading meiner Meinung nach gar nicht tätigen. Spot-Einkäufe reichen langfristig auf jeden Fall. Und für Leute, die aktuell traden, wo befinden wir uns aktuell mit Bitcoin? Nämlich in den Bereichen von 26.000 Dollar. Was als nächstes passieren wird, das werden wir natürlich sehen. Aber meiner Meinung nach sollten wir in den nächsten Tagen oder beziehungsweise in den nächsten Wochen nicht einen weiteren Aufstieg von diesen Bereichen erleben. Beziehungsweise sollten wir die Bereiche von 27.000 Dollar nicht brechen, ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach sehr hoch, dass wir einen weiteren Abverkauf erleben werden in Richtung 25.000 Dollar. Und meiner Meinung nach wird dieser Bereich nicht lange halten und wir werden einen weiteren stärkeren Abverkauf in Richtung 20.000 Dollar wiedersehen. Das Ganze wäre für uns natürlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um wieder darin zu investieren, unser DCA weiterhin zu betreiben. Und warum wir einen Abverkauf erleben würden, wenn die 25.000 Dollar nicht halten, das Ganze kann man nämlich in der Vergangenheit sehen. Denn zwischen 25.000 und 20.000 Dollar Marke ist nicht so ein starker Support, denn in diesen Bereichen waren wir nicht langfristig drin. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir in diesen Bereichen nicht uns lange aufhalten werden und einen weiteren Abverkauf, falls die 25.000 Dollar nicht halten sollten, in Richtung 20.000 Dollar gehen werden. Denn in diesem Bereich gab es wirklich einen sehr, sehr starken Handelsvolumen. Wir haben uns hier in diesem Bereich sehr, sehr lange aufgehalten und die Wahrscheinlichkeit wäre dann natürlich viel höher, dass wir wieder in diese Bereiche gehen würden. Doch schauen wir uns jetzt mal die Projekte an, die meiner Meinung nach aktuell sehr gute Preise erreicht haben, um DCA zu betreiben oder falls man in dieses Projekt nicht investiert ist, darin zu investieren. Das wäre zum Ersten natürlich WeChain. WeChain ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Projekt und wir haben mit WeChain einen Preis von 0,016 Dollar erreicht. Und das sind wirklich sehr, sehr gute Einkaufspreise, wenn man an dieses Projekt glaubt. Doch was ist die Aufgabe von WeChain? WeChain kümmert sich eigentlich um die Rückverfolgbarkeit von Produkten. Was heißt das Ganze? Es können im Endeffekt Produkte, zum Beispiel Lebensmittel, die verdorben sind, Medikamente, die kontaminiert sind, Artikel, die gefällt sind, Kleider zum Beispiel, Uhren, Handys, egal was, alles kann getrackt werden und über die Blockchain von WeChain laufen und schneller aus dem Markt gezogen werden, bevor diese Artikel an den Kunden geraten. Zudem können die Kunden auch viel besser nachvollziehen, wo die Produkte zum Beispiel herkommen, ob das wirklich auch die originalen Produkte sind, ob diese Produkte irgendwie kontaminiert sind und noch viele, viele weitere Aufgaben hat WeChain. Und meiner Meinung nach ist WeChain ein sehr, sehr starkes Projekt. Zudem arbeitet WeChain auch mit der chinesischen Regierung zusammen und hat natürlich auch sehr, sehr viele weitere Partnerschaften. Wenn ihr mehr über WeChain wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall meine anderen Videos an, denn ich habe wirklich sehr, sehr viele Videos über WeChain gemacht, wie das Ganze funktioniert, was die Aufgaben von WeChain sind und warum das Ganze in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Das nächste Projekt, welches aktuell auch noch gute Preisziele hat, die Betonung liegt natürlich auf noch, denn Hedera hat in der letzten Zeit einen guten Anstieg erlebt gehabt und befindet sich aktuell in den Preisen von 5 bis 6 Dollar Cent und ist meiner Meinung nach trotzdem ein guter Einkaufsbereich, wenn man das Ganze natürlich langfristig betrachtet. Denn meiner Meinung nach ist Hedera ein sehr, sehr starkes Projekt und wird in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Was macht Hedera genau? Hedera arbeitet in Richtung CBDCs. Doch was sind CBDCs? CBDCs sind im Endeffekt digitale Notenbankwährungen. Und Hedera ist meiner Meinung nach eines der besten Projekte, die in diesem Bereich erfolgreich sein können, denn Hedera hat nicht wie die meisten Kryptoprojekte ihre Technologie auf der Blockchain-Technologie, sondern sie haben ihre eigene Technologie, die Hashgraph-Technologie. Und das Ganze macht Hedera zu etwas Besonderem und wird meiner Meinung nach langfristig auch zu ihrem Erfolg führen. Das nächste Projekt, welches aktuell auch sehr gute Preise hat, ist AVAX. Denn wir befinden uns mit AVAX im Bereich von 10 Dollar Cent. So tief waren wir wirklich schon lange nicht mehr. Es gab natürlich hier einen Tiefpunkt in Richtung 10 Dollar Cent. Wir befinden uns wieder in Bereichen von 10 Dollar Cent. Und so tief waren wir schon über zwei Jahre nicht mehr. Und es ist meiner Meinung nach ein guter Einstiegsbereich, wenn man an dieses Projekt glaubt. Denn AVAX arbeitet in Richtung Tokenisierung. Und meiner Meinung nach wird im nächsten Bullrun vor allem Projekte, die in Richtung Tokenisierung arbeiten, die in Richtung CBDCs arbeiten oder auch AI-Projekte einen sehr, sehr starken Anstieg erleben. Und wir befinden uns mit AVAX in einem, meiner Meinung nach, guten Preisbereich, um DCA zu betreiben, meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach wird AVAX in der Zukunft auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Denn AVAX möchte Immobilien tokenisieren, Vermögenswerte tokenisieren, Aktien tokenisieren und noch viele, viele weitere Sachen. So ähnlich wie natürlich XTC. Aber meiner Meinung nach wird XTC nicht das ganze Paket abbekommen, sondern es werden noch viele, viele verschiedene Projekte sich den Kuchen teilen müssen. Natürlich wird meiner Meinung nach XTC den größten Teil abbekommen, aber solche Projekte wie AVAX werden auch eine wichtige Rolle spielen. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr AVAX und noch viele, viele weitere Kryptoprojekte kaufen könnt, dann kann ich euch meinen Partner Maxi empfehlen. Ihr habt 0% Gebühren, könnt ohne KYC eure Projekte einkaufen und habt natürlich noch viele, viele verschiedene Projekte zur Auswahl. Solltet ihr jedoch den KYC durchführen, bekommt ihr dafür sogar den 50$ Bonus und könnt das Ganze auch gleich mit investieren. Das Ganze funktioniert nur über den Link in meiner Videobeschreibung und damit sage ich bis zum nächsten Mal, Krypto Alphabet.